Olivia Dunham, FBI. Diese Männer sind Berater Peter Bishop und Dr. Walter Bishop. Sie sehen durch dieses Fenster in eine andere Welt. Ein Paralleluniversum, genau wie unseres. Und in jedem gibt es eine Version von uns. Agent Dunham, Agent Lee. Wehe, die fasst die Leiche an, diese Grobmotorikerin. Die ersten Angriffe erfolgten vor drei Tagen. Vielleicht habe ich was gesehen, was ich noch nicht gesagt habe. Diesem Mann kann man nicht vertrauen. Manche Antworten führen zu neuen Fragen. Und mehr als das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Fringe. Grenzfälle des FBI. Die komplette vierte Staffel jetzt auf Blu-ray und DVD.